Wir haben ja sowieso schon auf Frauen noch ein paar Tage in der Woche ausgelöstet waren und dann war es halt eben auch einfach nur Prozent geöffnet. Bisschen komisch, aber da wird sich dann vieles ein bisschen. Ich baue es jetzt abgeblieben, also ich habe immer noch 90 Prozent. Weil ich die Leute noch vertreiben, weil der Teamleiter ist in Hamburg mit einem anderen Teamleiter. Eines ist in Bonn. Da hatten wir jetzt einen Kollegen, der hat jetzt aber gerade den Bereich gewechselt, der war in München. Aber wir sind also da verteilt. Je nachdem, was du dabei hast, ist es ja gar nicht ein Problem. Es gibt ja so viele, wie heißen die, die Garnomaden irgendwo auf der Insel sitzen und da vor ein halbes Jahr mit dem Computer unterbinden. Ja, das könnte ich nicht. Ich darf nämlich nur in bestimmten Ländern arbeiten. Das ist dann jetzt aber halt hier die Nachmeier. Ich arbeite zwar eigentlich fast immer nur, also maximal für heute in der Däne. Also. Ja.